Hallo, servas, g'scham's der Diener, ich bin's der August Eichter Wiener. Die Leute sind jetzt alle entdeppert worden, bleiben brav daheim, parieren und spuren, drinnen bleiben, na, das tu ich nicht, weil das ist mir sowieso viel zu blöd. Ich triff mich lieber um halb acht zum Kartenspül, bis in die Nacht mit meiner Spätzi, drunter im Kölner, beim Saufen vergeht die Zeit viel schneller, weil ich weiß, und das ist fix, das Corona kann mir nix. Das Corona kann mir nix, weil ich weiß, und das ist fix, das Corona kann mir nix, weil ich weiß, und das ist... Jesus, komm mir nix. Oh, jetzt ist der August Eichter Wiener, in der Ring.